Laufst du das Video oder hast du das Video? Laufst. Jawoll, super. Ja, wegen mir kann ich loslegen. Laufst du das Video oder hast du das Video? Ja, ja. Laufst du das Video? Ah ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und dann geht es weiter. Bei so viel mit dem Akku, weil du vorher schon geflogen bist. Irgendwie stimmt die Pirouette-Optimierung glaube ich nicht, aber ganz falsch scheint sie auch nicht zu sein. Die Servos sind sowieso alle von ihrer Kraft her nicht gerade überdimensioniert. Und auch der Motor, aber ansonsten kannst du nicht mehr kommen.